Ist es die große Liebe? So sehr schwärmt Yassin Mohamed von Yeliz Kotsch. Seit Monaten spekulieren die Fans, bei den Reality-Stars geht etwas. Sie verbringen auffällig viel Zeit miteinander und machen daraus auch kein Geheimnis. Jetzt erklärt Yeliz aber, sie und Yassin sind kein Paar, mögen sich jedoch sehr. Das merkt man dem Ex-on-the-Beach-Star auch an. Im Promiflash-Interview kommt er aus dem Schwärmen über das Bachelor-Babe gar nicht mehr heraus. Schau sie an, Yeliz ist eine Top-Frau. Sie und meine Mama, auf jeden Fall die besten Frauen auf diesem Planeten, mit meinen Schwestern. Den TV-Herzensbrecher scheint es ziemlich erwischt zu haben. Aber auch Yassin dürfte Yeliz viel bedeuten. Der Münchner lernt schon ihre Tochter Snow kennen. Sie ist super, ein tolles Kind, was voller Liebe strahlt. Und sie ist eine tolle Mutter. Für die Hannoveranerin wirft er sogar sein Partyleben über Bord. Dieses Gas geben, saufen, bumsen, das ist ein vermeintliches Loch, was du versuchst zu füllen. Wenn du auf einmal Fülle fühlst, dann ist das ein anderes Thema. Bei Yassin entwickeln sich wohl tiefe Gefühle. Gericht, wenn du auf einmal Fülle fühlst, dann ist das eine neue Stimme geplant. Bis zum nächsten Mal.